Hallo! Heute haben wir eigentlich nichts mit uns gemacht. Wir haben nur alles geschnitten und uns das mal angehört und geschnitten und Fotos und Interviews und ja, auf jeden Fall, ähm, und Filme, äh, und wir haben, ich hatte es eigentlich nicht so richtig kapiert, aber irgendwann haben wir es doch noch geschafft und haben dann noch so ein Fotoshow, wir haben ein Interview mit meiner Oma gemacht und Ja, ich bin ein bisschen glücklich. Fussi! 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 Fussi!